Wir, die Stammer Maschinenfabrik, sind ein Hersteller von entzweggesteuerten Bearbeitungs- und Fräsdrehzentren für die produktive und flexible Zersparnung. Bei der Entwicklung der neuesten Generation unserer Fräsdrehzentren sind wir einen hochinnovativen Weg gegangen. Das Ergebnis ist die neue Baureihe MT733. Unsere Kunden können hierbei die Werkstücke von allen sechs Seiten mittels Fräs- und Drehprozessen komplett bearbeiten. Die Werkstücke werden hierbei hochflexibel als Stangen- oder Futterteile zugeführt. Für die hohe Produktivität haben wir die Automation in die Maschine integriert. Mit unserem langjährigen Entwicklungspartner Festo haben wir hierbei neue Maßstäbe gesetzt. Unsere Ladeachsen befinden sich durch die Integration im Arbeitsraum, wo sie ständig Spänen und Kühlmittel ausgesetzt sind. Die neue ELGW-Achse ist exakt für diesen Anwendungsbereich konzipiert worden. Gemeinsam mit Festo haben wir ein spezielles Clean-Design entwickelt. Hierbei haben die Späne keine Möglichkeit anzuhaften und werden im Betrieb aktiv abgestriffen. Dadurch konnten wir die Prozesssicherheit der Anlage signifikant steigern. Für die flexible Produktion mit der MT733 benötigen unsere Kunden eine Vielzahl an Werkzeugen. Die 2x64 Werkzeuge im Maschinenmagazin können dabei um weitere 240 Werkzeuge im Hintergrundmagazin erweitert werden. Das gemeinsam mit Festo entwickelte Hintergrundmagazin besitzt einen modularen Aufbau und kann kundenspezifisch an alle Stama-Maschinen angepasst werden. Bei dieser hohen Anzahl an Werkzeugwechseln zählt jede Millisekunde. Wir setzen deshalb zur Ansteuerung der Türen das Festo Motion Terminal ein. Damit lassen sich die Werkzeugwechseltüren hochdynamisch und exakt ansteuern. Das bringt Zeitgewinn, reduziert den Verschleiß und steigert die Gesamtproduktivität der Maschine. Gleichzeitig müssen wir Energie effizient nutzen. Mit dem Energieeffizienzmodul von Festo reduzieren wir unseren Druckluftverbrauch und stellen dem Kunden die Daten in einem Cloud-basierten Dashboard zur Verfügung. Gemeinsam haben wir die MT733 zum Erfolg gebracht. Bei Stama arbeiten wir natürlich an der neuesten Maschinengeneration und freuen uns auch hierbei wieder auf eine so professionelle und hervorragende Zusammenarbeit mit der Firma Festo.